Sie wissen, was Sie wollen, erreichen alles, was Sie sich vorgenommen haben und gehen durchgängig Ihren Weg dahin. Nein? Nicht immer? Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht fehlt es Ihnen an der richtigen Selbstmotivation. Ich bin Corinna Grisemer. Ich möchte Ihnen in diesem Videotraining zeigen, was Motivation eigentlich bedeutet. Wovon lassen wir uns motivieren und was hindert uns daran, Ziele zu erreichen? In den einzelnen Videos werden Sie auch die Chance haben, für sich zu erkennen, was Sie motiviert und warum Selbstmotivation immer zuerst bei Ihnen anfängt. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Selbstmotivation mit einer positiven Haltung beeinflussen können, wie Sie von dort zum Handeln kommen und welche Rolle Ziele spielen. Natürlich können wir das Thema Hürden für die Selbstmotivation nicht außer Acht lassen, denn es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir uns davon abhalten lassen, erfolgreich zu sein und Ziele zu erreichen. Ich präsentiere Ihnen auch, wie Sie mit Ihren eigenen Erwartungen und den Ratschlägen von außen so umgehen, dass Sie nicht zum Bremser werden. Und weil es leider Dinge gibt, für die man eigentlich keine Motivation hat, schauen wir uns noch an, wie Sie am besten unangenehme Dinge angehen und auch Rückschläge verkraften. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Videotraining und hoffe, es hilft Ihnen dabei, Ihre Selbstmotivation weiterzuentwickeln.